Bisher bei Driver San Francisco. Ich seh' dich da, Tanner. Als nächstes. Platin plus Ammoniak ergibt Zyanid? Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. Haudel Williams fährt für Jericho's Crew. Dann werd' ich mir den einfach mal ausleiten. Sehr tiefe Undercover-Arbeit, hm? Und wann geht's dann richtig los? Bleib ruhig. Der Anruf wird bei KOM.